Hallo Sarah. Hi Alex, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich, dass wir heute unser Gespräch zu Private Capital fortführen können. Ich freue mich auch sehr. Es hat sich einiges getan seit unserem letzten Gespräch. Wir hatten viele interessante Unterhaltungen mit institutionellen Investoren zum Thema Analytics. Ich bin gespannt. Sarah, die Analyse von Daten ist die Basis für intelligentere Investitionsentscheidungen und das gilt ganz besonders im Bereich Private Capital. Bei welchen konkreten Herausforderungen kann Assetmetrics die Kapitalanlageentscheider von einer Versicherung, Pensionskasse hier unterstützen? Ja Alex, die Nachfrage nach analytischen Modulen ist in den letzten Jahren in der Tat enorm gestiegen. Versicherungen und Pensionskassen kommen vor allem mit folgenden Fragen zu uns. Wie kann ich meine Liquidität in alternativen Investmentbereich besser steuern? Wie kann ich die Performance mit den liquiden Assetklassen vergleichen? Und wie muss ich zukünftige Investitionen planen, um meine Allokationsziele zu erreichen? Interessant. Und wie löst ihr diese Themen? Wir haben ein eigenes, sehr erfahrenes Analytics-Team, das in enger Zusammenarbeit mit Investoren einige Module entwickelt hat, die von Forecasting, Benchmarking über Stresstesting, Risikoszenarien, aber auch Portfolioplanung reichen. Die Modelle sind seit einigen Jahren im Markt und werden ständig validiert und weiterentwickelt. Also ich kann dir sagen, auch bei BNP Paribas verzeichnen wir eine verstärkte Anfrage an solchen Prognosemodulen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu eurer Forecasting-Lösung erzählen. Sehr gerne. Unsere Forecasting-Lösung ermöglicht eben Prognosen aller Portfolio-Cashflows, zukünftige Kapitalabrufe, Ausschüttungen, berechnet aber auch die erwarteten Werte von Fondkennzahlen und Wahrscheinlichkeitsbändern. Okay, und welche Vorteile bietet so ein Modul dann konkret für institutionelle Investoren? Eigentlich erhalten die Investoren ein Tool für ein besseres Erwartungsmanagement. Ende des Investitionszeitraums, Break-Even, Fondauflösungen können eben dank einer Prognose mit einem langen Zeithorizont realistischer geplant werden. Zusätzlich werden Performance-Kennzahlen geliefert und auch das Stresstesting-Modell kann makroökonomische komplexe Szenarien verwerten und dadurch tiefere Einblicke gewähren. Verstehe also, mit dem Planungstool können zukünftige Investitionen besser geplant werden? Absolut, Investoren müssen abschätzen, welchen Einfluss neue Investitionsentscheidungen auf die Entwicklung des Gesamtportfolios haben. Und im Zentrum steht dann gewissermaßen die Frage nach einem sich ändernden Liquiditätsbedarf und das in Abhängigkeit dann von zum Beispiel zukünftigen Commitments. Genau, die Investoren erhalten Klarheit darüber, welche Commitments zu welchem Zeitpunkt abgegeben werden müssen, um Allokationsziele zu erreichen. Und gibt es auch Methoden, um den Investitionserfolg zu messen? Ja, wir haben eine umfangreiche Sammlung an Berechnungen und Kenngrößen, um die Investitionsperformance zu beurteilen. Wir bieten eben Benchmarking im Private-Capital-Bereich an, aber auch gegenüber liquider Asset-Klassen und haben zusätzlich zu den typischen Kenngrößen wie TVPI und IAA auch verschiedene PMI-Verfahren, um eben eine adäquate Vergleichsbasis zu ermöglichen. Spannend. Ich nehme an, dabei spielt auch das Risiko eine Rolle. Absolut. Auch im Benchmarking fragen uns immer mehr Investoren nach risikoattestierten Performance-Vergleichen. Wir verwenden hierzu Methoden aus der künstlichen Intelligenz, um eben eine möglichst passgenaue Auswahl an Vergleichsindizes und Faktormodellen zu gewährleisten. Wow. Abgesehen von dieser künstlichen Intelligenz, was sind die Entwicklungen, die du im Bereich Analytics sonst noch siehst? Im Analytics-Bereich sehe ich ganz viel Potenzial in der Interaktivität. Unser Ziel ist es, dass Investoren nicht nur Daten erhalten, sondern auch die Möglichkeit haben, über Portalanwendungen mit diesen zu interagieren. Was auch bedeutet, dass neue Informationen in die Anwendungen einfließen und somit interaktiv neue Ergebnisse berechnet werden können. Super. Also aus unserem heutigen Gespräch nehme ich drei Themen vor allen Dingen mit. Das erste ist Cashflow-Forecast und Portfolioplanung. Dann die Performance-Messung und das Benchmarking. Und zuletzt noch die interaktiven Planungsanwendungen. Das hast du gut zusammengefasst. Vielen Dank, Alex, für das Gespräch heute. Ich danke dir. Ich danke dir.